Massenverhaftungen am Rande eines Fußballspiels in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires. Vor dem Pokalspiel zwischen River Plate und Argentinos Juniors wurden mehr als 250 Fans verhaftet, weil sie laut Polizei Messer, Drogen und Phosphor-Fackeln bei sich trugen. Aufnahmen der Polizei von Buenos Aires zeigen, wie die festgenommenen Fans vor dem Stadion von River Plate auf dem Boden liegen und dann in Polizeifahrzeugen weggefahren werden. Bei Fußballspielen in Argentinien kommt es immer wieder zu Gewalttaten. Lokalen Medien zufolge waren die meisten der festgenommenen Fans als Gewalttäter bekannt und ihre Namen in einer entsprechenden Datenbank gespeichert.